Dieses Pulver wird normalerweise im Special-Effects-Bereich für Feuerbälle benutzt. Ich mache mir aber eine andere Eigenschaft zunutze. Dazu schüttelte ich es in ein Becherglas mit Wasser. Es schwimmt auf dem Wasser und vermischt sich nicht damit. Wenn ich jetzt meine Hand in das Wasser halten möchte, bildet das Lycopodium eine sehr dicke Schicht um meine Finger. Das liegt daran, dass Lycopodium sehr hydrophob ist. Das bedeutet, dass das Wasser abstößt. Das sieht absolut cool aus, aber es hat noch einen weiteren Effekt. Das Besondere daran ist, dass meine Finger durch diese Eigenschaft komplett trocken bleiben, obwohl ich sie in ein Glas voll mit Wasser gesteckt habe. Nicht ganz so cool wie ein Feuerball, aber immerhin etwas.